Hallo, ich bin die Theresa und habe heute ein Spiel entwickelt, das sich Muffy nennt. Man kann das Spiel programmieren und runterladen. Und ich zeige euch mal, was man dabei machen muss. Man spielt den Zauberer und muss herausfinden, welches Kind was isst. Man kann verschiedene Obstsorten legen oder Gemüse. Und da sieht man, der Salat ist mit A, Kohl legt man mit S, Apfel mit D und Erdbeeren mit S. Wenn man herausfindet, die Myra isst zum Beispiel Apfel, dann muss ich ihr Äpfel herlegen, dass sie gesund wird. Und wenn sie gesund ist, geht sie zurück auf ihren Platz, wo sie normalerweise ist. Ich muss aber versuchen, von den Dönern und von dem Kommes frites auszuweichen, da ich ansonsten zu viel Leben verliere. Das muss, jetzt und bevor die anderen sterben, muss ich sie alle füttern, sonst kann ich nicht gewinnen. So. Ja.